So, ihr kennt mich ja alle hoffentlich und ich grüße nochmal alle Heiligpolinen. Ich heißt Erik und ich, auch Edi, hier Lidl-Klamotten, haben uns jetzt überlegt, was können wir tun, damit die ungeduldigen Tipper schneller zu ihrem Ergebnis kommen. Und Tabelle und Zusammenfassungen vom Geschehen. Und dann haben wir uns überlegt, wir probieren mal einen Videoblog zu machen, das jetzt besser, schneller und effektiver ist. Das müsst ihr entscheiden dann. Und wir stellen das jetzt mal, dieses Video jetzt mal online. Guckt es euch an. Und ab dem kommenden Sonntag, heute ist ja schon Mittwoch, da gucken wir dann mal, ob das dann auch klappt. Erik hat immer so Mittwoch, Donnerstag geschickt. Ich mal gleich am Montag, mal am anderen Sonntag, mal am anderen Montag. Und damit das ein bisschen mehr Konstanz hat, versuchen wir das jetzt mal so montags, dass sich das Montag so einpegelt. Also, in diesem Sinne, viel Spaß, danke für die Rückmeldung, für den Videoblog. Und bis bald, euer Rennleiter Tobi. Ciao, ciao.